Siebten Tag, seid ihr zufrieden oder hättet ihr noch weiter vorwollen? Nein, wir sind schon zufrieden. Das geht also. Und was ist aufgefallen? Es waren sehr zermürmende Kämpfe. Das war ja auch so im Finale. Es ist jetzt ewig gegangen. Wenn du es so anschaust, dann setzt es uns an. Das ist hart. Jetzt seid ihr noch feiern? Jetzt sind wir etwas reinkommen, ja. Und jetzt sein! Wenn ihr noch ein paar Tömer tecken, dann spürst wir uns an. Komplett hat die Tömer.